Norddeutscher Rundfunk 2021 Donald Trump ist im Anflug auf Davos. Jetzt sehen wir sie, die Helikopter vor dem weissen Schneehängen. Der erste Helikopter ist ein Super Puma der Schweizer Armee. Dort sitzt er nicht drin, der landet schon bald. Der ist jetzt über dem See. Das ist Marine One, so wie es ausschaut. Das ist der White Hawk Helikopter mit dem amerikanischen Präsidenten drin. Ein dunkelgrüner Helikopter, oben weiss bemalt mit dem amerikanischen Button. Er wird noch eine Drehung machen bei der Landung. Das ist der Residenten-Helikopter Marine One. Es wirbelt den Schnee den Delegationen entgegen. Und jetzt ist er tatsächlich da. Der Konvoi mit den Limousinen setzt sich in Bewegung, bringt sich in Position, damit der Präsident dann sein Fahrzeug besteigen kann. Und Donald Trump ist da. Er geht über den Schnee. Auch sein Stab ist dabei mit Gepäck. Sie alle besteigen jetzt das Auto. Die ganze Kolonne umfasst etwa 20 Fahrzeuge. Und der Konvoi setzt sich in Bewegung. Angeführt wird der Konvoi von einem Fahrzeug der Polizei. Zwei, drei Minuten, wie Donald Trump da unterwegs ist, bis er im Hotel ist.